Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey Was wir hier für Sachen gerade finden Zwei Helme Level 16 Hier haben wir ganz viel Alter 16, 16, 16 Oh 9 Ach, Zeit gewonnen Interessant Ja, ich weiß Neue Quest angenommen Töte spartanische Soldaten in der ganzen griechischen Welt Töte spartanische Anführer in der ganzen griechischen Welt Ok Töte Hyrkanos Bewegung Hoppala Mal gucken, was wir hier haben Schnapp Schlapp Ja, das ist Wir gehen Schlapp Unten Sie Ja, das war anscheinend einfach nur ein Brummel. Oh, ist das Welt durchgerannt, ja? Aha. Oh. Okay, aber ich weiß immer nicht, was soll ich denn hier mitmachen? Was soll ich hier mitmachen? Hm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, ich weiß es nicht, was soll ich hier mitmachen? Oh, ich weiß es nicht, was soll ich hier mitmachen? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß es nicht, was soll ich hier mitmachen? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss ich hier rausgehen. Jetzt wissen wir auch wo. Okay, hier schon mal Sackgasse? Gut. Ich bin instinktiv den falschen Weg gegangen. Sehr schön, also zurück. Ach du Scheiße, noch weiter runter. Okay, hopp. Super. Jupp. Soll es zwei Schätze geben? Okay. 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 Scheiße, die sind auch noch zu stark hier. Ich bin im Gebiet, wo ich eigentlich nicht sein sollte. Ich bin im Gebiet, wo ich jetzt rauskomme. Ich bin im Gebiet, wo ich jetzt rauskomme. Oha. Wieso? Ja, es war klar. Hallo? Das ist das Problem, wenn man dann an Orte kommt, wo man eigentlich noch gar nicht hin sollte. Das ist das Problem, wenn man dann an Orte kommt, wo man dann an Orte kommt, wo man dann an Orte kommt. Vielleicht komme ich später wieder. Ja, genau. Das habe ich mir auch gerade gedacht, wir kommen einfach später wieder. Erst mal hier raus hier. Ah, hier haben wir noch was. Das ist okay, perfekt. Perfekt. Das ist okay. der wem was für ein gebiet verdammt noch mal bin ich denn hier reingeraten ich muss hier weg das hat er ist ja richtig mies so erst mal richtung kampf erprobte mannschaft gefährlich also wir müssen erst mal hier weg das hat ja ich kann sehen das hat ja ich war kein zweck hier erst mal wieder in die richtung da ist der aussichtspunkt viel zu stark hier alles hop 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 ok das land des ewigen krieges verlassener wachturm gucken wie verlassen nur Schnell Reise freigeschaltet. Icarus Wahrnehmung verbessert. Da müssen wir hin. Wir gehen erstmal da gucken. Mal schauen, ob das für uns machbar ist oder ob das nicht klappt. So. Mal gucken, was das ist. Eid und Heiligtum, okay. Hier gibt es nichts. Oder? Ja, da gehe ich mal nicht hin. Oh, da ist das Grab gewesen. Ja, okay. Warum war der Turm? Was bist denn du für einer? Oh, oh, oh. 36. Ne, lass mal. Okay. Ach, schaut mal. Ah, jo, guck mal. Hier, blau. Was heißt das? Blau heißt. Das hier ist rot. Ach, das ist Spatisherrschaft. Okay. Komm, wir reisen erstmal hierhin zurück. Alter, das hat ja im Moment da echt keinen... Ich war im Gebiet, was vollkommener Quatsch war. Eine etwas längere Schnellreise. Okay. Okay. Oh mein Gott. So, hopp. Das Feld kommt und wir gehen einfach über die Mauer. Wie gemein. Das Feld kommt und wir gehen einfach über die Mauer. Das Feld kommt und wir gehen einfach über die Mauer. Das Feld kommt und wir gehen einfach über die Mauer. Das Feld kommt und wir gehen einfach über die Mauer. Das Feld kommt und wir gehen einfach über die Mauer. Das Feld kommt und wir gehen einfach über die Mauer. Das Feld kommt und wir gehen einfach über die Mauer. Ich stelle dir also keine Fragen, ja? Ja, schon klar. Dankeschön. So. 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 Was ist denn jetzt? Hä? 300? 400? 400? Ich bin diesmal mit Fragezeichen abhanden gekommen. Ah, jetzt ist es ja wieder 80. Hä? Die muss aber irgendwie nach unten. Aha, haha. Schlachtfeldhöhle? Okay. Oh. So. War schon mal in der Höhle drin. Na komm. Oh. Ist schon mal besser. Ah, das hier. Was hat? 45, 53? Okay. Oh, wir haben alles gefunden. Cool. Ah, es gibt immer noch einen Mann. Ah. Okay. Okay, und hier ist dann gar nichts mehr. Gut. Gut. Und wieder zurück. Guck. So. Der Geruch von Frühling liegt in der Luft. Oh, ja. Hopp. Hier. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Okay, Level 9. Gut. Was gibt es denn hier? Das? Hier gibt es auch eine Tafel. Aufschrauben. Oh. 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 Block! Akzeptiere mein Angebot und arbeite für mich! So und wo ist jetzt? Oh! Das ist viel zu leicht! So. Zack, zack, zack! Ah, der Schatz ist ja auch direkt hier. So, dort haben wir das ja abgeschlossen. Reicht aber immer noch nicht für Level 10. Schwupp! Ich würde sagen, da drüber komme ich bestimmt nicht mit den Spitzen, ey! Aber hier komme ich hoch! Hi! Was ist Level 10 hier? Hallo! Oh! Guten Tag! Verkaufen! Ach, der Vogel ist gelandet! Da müssen wir mal ein paar Sachen loswerden! Alle Handelsgüter verkaufen? Das sind 62 Stück. Lohnt denn auch gar nicht. Da warten wir mal noch ein bisschen. Ach, das sind die Handelsgüter. Okay. Verbessern? Hm. Ja, wie denn? Wir können... Auf bald dann! Okay, Freunde, der Part ist vorbei. Deswegen würde ich mal sagen, das soll es dann für heute gewesen sein. Wir machen am nächsten Mal hier weiter und ich sage erstmal bis dann und ciao! So.